Hi, ähm, ja, ich hab da mal so ne kleine Frage an euch. Ich hab im Anschluss hieran direkt ein Video mit reingepackt in das Video hier. Ja, egal, ich hab irgendwas aufgenommen, das ist jetzt mit dabei. Und ich hab Probleme mit der Aufnahme von einem Sound. So, ich spiel da die Gitarre, sing dazu und so und ich hab halt nicht das beste Mikro. Ich benutze auch dieses Headset dafür. Das Problem ist allerdings, das werde ich dir bei Sicherheit selbst feststellen, dass wenn ich das dann wieder abspiele, dass sich die Töne total komisch anfangen. So verschlungen, dass man den Ansatz von, wenn ich die Seiten anschlage, dass man den Ansatz dann gerade hört und dann ist es weg, so schon ein bisschen geloopt irgendwie. Naja, ähm, ja, meine Frage an euch ist, ob ihr so freundlich sein könntet, um mir ein bisschen was zu helfen. Denn, ähm, ich möchte halt gerne, wenn ich das aufnehme, dass das wieder ne Ordnung ist. Ja, warum das plötzlich kommt, ich weiß, ich hatte andere Videos, ähm, da ist das nicht passiert. Es ist bloß so, dass ich jetzt seit, ähm, also ich hab halt schon, ich hab jetzt seit längerem neuen PC. Und ich hab jetzt von, äh, Windows 7 die 64-Bit-Version und zwar Enterprise. Ja, Enterprise, nicht, äh, ich weiß gar nicht, was ich gesagt hab bei meinem Vlog von Minecraft. Egal. Jedenfalls ist es Enterprise, ja, und, ähm, ich hab die Logitech Kamera, oder Logitech, ähm, C500. Und, ähm, es gibt vollen Treiber, generell der für die C500 ist auch für die C300 verwendbar. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, was ich hab. Ähm, ja, weiß nicht. Äh, wär cool, wenn sich einer von euch irgendwie ein bisschen was auskennt. Äh, einfach mal anschreiben. Per PM oder Kommentar, was weiß ich nicht, alles über Facebook gibt's mir ja auch. Ähm, ja. Oder, was weiß ich, über Skype. Na, doch, wenn nicht erklärt. Ich schreib mal so ein paar Sachen in die, äh, in diese Liste hier, in die, äh, Descriptionlist. Und, ähm, ja. Wie gesagt, zu dem Video jetzt, ich laber schon wieder zu viel. Äh, schaut euch das doch einfach mal bitte an. Und, äh, sagt mir, was das ist. Äh, jetzt mal davon abgesehen von den Qualitäten, wie ich spiele, sondern einfach, äh, was das mit dem Sound soll. Was? Ach, man, nicht ehrlich. Naja, viel Spaß dabei. Tschüss. Uh! U波, 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 u ayuda. Was? Ach, man,steh, we OA, u波, u波, u波희 war, u波, 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 uimizi Swift. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020